Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser mehr oder weniger neuen Serie, denn es handelt sich hier eigentlich um ein erweitertes Modul für unsere JavaScript-Tutorial-Reihe. Dort haben wir bereits Programmieren mit JavaScript gelernt, also das ist definitiv Voraussetzung und wir haben mit Node.js schon unsere ersten Schritte gewagt. Wir haben einen Node.js-Server aufgesetzt, einem sehr, sehr einfachen Server, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Node.js-Applikation aufgesetzt, denn das sind mittlerweile Grundkenntnisse in JavaScript. Mittlerweile ist JavaScript nicht mehr nur im Client, im Browser verfügbar, sondern eben auch im Backend. Und darum geht es auch hier. Das heißt, bevor wir hier weitermachen, bitte schaut euch die entsprechenden Videos an. Die werden hier definitiv vorausgesetzt. Die JavaScript-Tutorial-Reihe ist hier Voraussetzung. Wenn wir jetzt allerdings mit Node weitermachen, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, warum brauche ich jetzt dazu eine extra Reihe? Ich meine, wir haben ja schon Express gemacht. Express baut ja auf Node auf und wir haben außerdem schon einige Node-Grundlagen gemacht. Richtig. Das, was wir hier machen, das sind wirklich fortgeschrittene Themen. Das sind Themen wie Anbindung an die Datenbank. Das sind Themen wie, wie binde ich Express in meine Applikation ein. Das sind Themen wie, wie baue ich eigentlich mit den Node-Modulen wirklich etwas zusammen. Und genau das wollen wir alles hier machen. Und dementsprechend, lasst uns nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Wir kennen ja so oder so schon Node.js, zumindest in Grundzügen, in den aller, aller einfachsten Grundzügen. Und wir wollen darauf aufbauen. Also lasst uns eine gemeinsame Grundlage schaffen, indem wir hier eine neue JavaScript-Datei erstellen mit App.js. Und übrigens, ich benutze hier für die Tutorial-Reihe WebStorm als IDE. Ihr könnt aber selbstverständlich, und ich weiß, dass das eher üblich ist in der Industrie, ich mag nur diese IDE sehr gerne, aber ihr könnt selbstverständlich auch Visual Studio Code benutzen oder was auch immer ihr wollt. Ihr braucht im Endeffekt nichts weiter als ein Terminal. Node.js muss natürlich installiert sein. Das könnt ihr überprüfen mit Node-Version zum Beispiel. In meinem Fall jetzt gerade die Version 16.10. Und ja, im Endeffekt, sonst braucht ihr nichts. Und wir wollen jetzt selbstverständlich hier einen kleinen Server laufen lassen. Grundsätzlich ist das ja erstmal JavaScript-Code. Das heißt, er würde im Browser theoretisch ausgeführt werden. Ich müsste ihn in eine HTML-Datei einfügen, aber dem ist als Node-Anwendung nicht mehr so. Node ist im Endeffekt wie ein Browser ohne irgendeinen visuellen Output sozusagen. Und der ganze Output, den wir bekommen, den kann ich über die Kommandozeile eben starten. Dazu brauchen wir Node. Und ich kann jetzt diese Applikation starten mit Node-App. Also einfach hier Node-App.js ausführen sozusagen. Passiert natürlich nichts, weil ich keinen Code drin habe. Und dann führen wir schon unseren eigenen Code aus. In Node selbst kann ich jetzt ganz normales JavaScript schreiben. Nur, dass ich eben hier auch Zugriff auf alles habe, was mir Node liefert. Und ich brauche halt im Backend ein paar andere Dinge wie im Frontend. Im Frontend, sprich im Browser, da konnte ich solche Sachen machen wie Manipulation von irgendwelchen Objekten. Das heißt zum Beispiel ein Objekt animieren oder die Eigenschaften von irgendetwas ändern, Inhalte hinzufügen. All das konnte ich machen. Das kann ich natürlich hier nicht mehr, weil ich keinen Browser habe. Ich führe einfach Code für die Kommandozeile aus. Und naja, damit kann ich natürlich auch einiges machen. Eben serverseitiges Programmieren. Das heißt, ich kann hierher gehen und zum Beispiel über const HTTP, also ich definiere eine Konstante namens HTTP. Das ist das reguläre in JavaScript. Und über require von HTTP kann ich jetzt hier das Modul HTTP fordern, dass das eben verwendet wird von mir. Wir sehen allerdings, dass bei mir meine IDE mir sagt, ey Achtung, das ist nicht in Ordnung. Mach mal hier besser. Und natürlich kann ich hier die Coding Assistance für Node.js auch aktivieren. Das wäre genau das, was ich hier eben haben möchte. Und dann wird das auch richtig erkannt. Das heißt, ihr müsst natürlich in eurer IDE einstellen, dass ihr das eben hier haben wollt. So, jetzt habe ich im Endeffekt das Modul namens HTTP in meiner HTTP Variablen gespeichert. Übrigens, wenn ihr eine Datei namens HTTP hättet, müsstet ihr das so importieren. Die gibt es aber natürlich nicht. Das Modul kommt mit Node.js schon direkt mit und ich muss nicht weiter nachdenken. Ich habe das einfach zur Verfügung. Okay, jetzt kann ich mir hier ganz simpel einen Server erstellen. Ich nenne den auch mal wieder ConstServer, weil ich mir einen Server bauen möchte. Und den baue ich mir über das HTTP-Modul und zwar über die Funktion in meinem HTTP-Modul namens CreateServer. Hätte man ja nicht denken können, dass das richtig geil wird, wenn man das hat. Also super einfach eigentlich. Und hier rein muss jetzt eine Funktion. Eine Funktion, die genau zwei Argumente nimmt. Nämlich einmal den Request und die Response und die irgendwie verarbeitet. Ich kann das jetzt hier oben reinschreiben als Function RequestListener zum Beispiel. Und bekomme ich hier natürlich Rec und Rest, das ist so der Standard, so nennt man das eigentlich immer, in meinem, also als Parameter quasi mit. Und kann hier natürlich ganz einfach hergehen und sagen, ey, wir machen irgendwas. Zum Beispiel Console.log. Jetzt überlegen wir natürlich, was wir loggen können. Die Response ist einfach leer. Die müssten wir quasi ausfüllen, um sie dann abzuschicken wieder. Deswegen nehmen wir den Request. Gut. Und das ist es eigentlich auch schon. Damit haben wir unseren Server gebaut. Jetzt können wir die hier rein übergeben. Achtung, keine Klammern reinbauen. Sonst ruft ihr die Funktion auf. Ihr wollt sie als Function Pointer übergeben. Und damit ist unser Server auch schon fertig. Wir können jetzt hierher gehen und Server.listen machen. Wir können hier auch einen Port angeben. Der Standardport ist hier eben Port 80. Wollen wir aber nicht. Wir wollen 1337 natürlich haben. So. Und damit haben wir uns einen Server gebaut, der auf Port 1337 zuhört. Zumindest einen sehr einfachen Server. Wir geben noch keine Informationen zurück. Das heißt, der nimmt einfach nur den Request entgegen und macht gar nichts mehr. Was nicht unbedingt ein richtiger Server tun würde. Aber wir können starten. Sehen wir hieran, dass eben hier unten all das nicht mehr beendet wird. Also der Server läuft jetzt halt und läuft und läuft und läuft. Ja. Sehr einfach eigentlich. Sieht folgendermaßen aus, wenn ich ihn aufrufe. Ich kann hier ganz einfach in meinem Browser die URL localhost.1337, also Port 1337, aufrufen. Und bekomme halt keine Antwort. Aber mein Request landet bei meinem Webserver. Und das sehen wir hieran. Ich habe hier die Informationen, die ich hier quasi hingeschickt habe, habe ich natürlich alle in meine Konsole geschrieben. Und damit habe ich hier auch eigentlich alles, was ich wollte. Ich habe nämlich meinen Request bekommen und habe den eben in die Konsole geschrieben. Wunderbar. Mehr wollte ich ja gar nicht. Jetzt noch eine Sache. Ihr werdet in den seltensten Fällen wirklich dieses Format finden, wenn ihr einen Server schreibt oder wenn ihr Node.js Code lest. Deswegen ist mir wichtig, dass wir hier tatsächlich sagen, wie es wirklich aussieht. Die meisten Menschen, die JavaScript programmieren, schreiben sich eigentlich eine Arrow-Function oder wie man sie sonst nennen möchte. Eine anonyme Funktion. Die hat, wie der Name schon sagt, keinen Namen. Ja. Anonyme Funktion. Dementsprechend haben wir hier keinen Request-Listener. Und wird hier drin einfach definiert. Das heißt, wir sagen hier, Rec, Res sind meine beiden Variablen. Und die werden abgebildet auf diese Funktion hier, die in den geschweiften Klammern steht. Das ist eigentlich die übliche Schreibweise. Und meine IDE ergänzt mir hier jetzt, was das jeweils ist. Das heißt, diese Funktion hier, das Gesamtkonstrukt hier, nennt sich Request-Listener. Deswegen habe ich sie gerade auch so genannt. Und Rec heißt Incoming Message. Res ist die Server-Response, die wir theoretisch ausfüllen müssten. Ist genau derselbe Code im Endeffekt. Es ist nur eben mit dieser anonymen Funktion, so wie man es eigentlich in den meisten Fällen schreibt. Gut. Soviel zu dem Thema, ja, wie ihr euren eigenen Server erstmal definieren könnt. Und damit war es das auch schon wieder als Einführungsvideo. Bitte stellt sicher, dass das bei euch funktioniert, bevor ihr weitermacht. Ich weiß, wir haben das schon mal gemacht. Aber es gibt Leute, die gucken hier diese Serie an, ohne vorher jemals JavaScript geschrieben zu haben. Und ohne vielleicht auch das Node.js Video gesehen zu haben. Schaut da deswegen auf jeden Fall mal vorbei vorher. Und wenn das alles geklappt hat, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Und wir hören uns jetzt.